Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend und tschüss wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es mal wieder um ein paar Angelsäcke gehen. Diesmal bin ich auf meinem Priester, mit dem habe ich nämlich auch schon ein bisschen was gefarmt. Und ja, insgesamt haben wir wieder 10 Stück, die wir aufmachen wollen. Ich brauche hier noch ein Item und zwar diesen Angelhut. Und deswegen mache ich das hier so ein bisschen auf meinen Stoff-Chars, dass ich natürlich auch das T-Mog mitnehmen kann. Ich würde sagen, genug der Worte, lasst loslegen. Deswegen, erste Kiste, nada. Zweite Kiste, auch nix. Dritte Kiste, wir haben ein Rezept drin. Beim Aufhören gebundenen, gut, das brauche ich jetzt nicht, aber wir können es einfach mal lernen. Mit dem habe ich hier anscheinend sogar angeln. Dann hier nix, nochmal nix. Komm, gib mir bitte den Hut. Oh boy. Drei Kisten noch. Oh nein, ich muss weiterfarben. Wie viel sind das jetzt? Insgesamt 40, glaube ich schon. Uff, ja gut, 1% Drop-Chance ist halt auch nicht so gut. Ja gut, das war mal wieder nix. Ich melde mich dann wieder, wenn ich wieder genug Säcke habe. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten kleinen Opening wieder, wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.